Kennst du das auch? Dein Hund verschlingt sein Futter in einem Rekordtempo, ohne wirklich zu kauen. Leider ist das sehr schlecht und Luna hat sich oft verschluckt und hatte starke Bauchkrampfe deshalb. Mit dem Anti-Schlingen-Napf von Anyone haben wir das Problem jetzt nicht mehr. Einfach mit dem Lieblingsfutter deines Hundes befüllen und los geht's. Durch die integrierte Erhebung wird hastiges Herunterschlingen verhindert und dein Hund muss sich Zeit fürs Essen nehmen. Der Anti-Rutschboden ist auch sehr praktisch, so bleibt alles an seinem Platz und Luna kann noch entspannter fressen. Ich finde, der Anti-Schlingen-Napf von Anyone ist ein absolutes Must-Have für alle, die im Hund etwas Gutes tun wollen. Hol ihn dir jetzt auch!